Musik Ja, willkommen im Raum 208, hier wo schon zehntausende von Schülern Musikunterricht hatten. Die Konrad-Adenauer-Schule ist in diesem Jahr 52 Jahre alt. Und diesen Raum wird es so in dieser Art nicht mehr lange geben, denn wir bauen um. Viele werden sich noch erinnern an ihre Schulzeit, an diesen Raum. Die üblichen Stühle im Musikraum waren diese hier, Stühle mit einer Armlehne zum Schreiben. Musik Hier saß der Lehrer, da sitzt der Lehrer. Musik Die Tische sind neu hier im Raum 208, das ist der Pandemie geschuldet. Das heißt, es ist jetzt ein normaler Klassenraum für wenige Wochen. Hier haben wir unser E-Piano. So, der Blick vom E-Piano auf die Klasse. Besonderes Highlight im Musikraum 208 ist unser Flügel. Der Schiedmeier-Flügel wäre er noch in Ordnung, wäre es ein wirklich wertvolles Teil. Aber so mit gesprungenem Gussrahmen natürlich nicht mehr ganz so intakt. Musik Ein wunderschöner Schiedmeier-Flügel aus Stuttgart. So, was die meisten vermissen werden, und ich auch, ist natürlich der tolle Ausblick hier aus dem Raum. Wir haben eine super Fensterfront mit einem sehr schönen Blick, können hier permanent und gut lüften. Heute haben wir einen richtig schönen sonnigen Tag, Ende März. Die Sportler zieht sich schon wieder auf den Sportplatz. Musik Auch unser Schrank ist zu erwähnen, ein wunderbarer Schrank mit wahnsinnig viel Stauraum. Hier liegen unsere ganzen Schätze, Musikinstrumente, Noten und so weiter und so weiter. Hier ist unser großer Phonoschrank, da steht der Computer drinnen. Und hier unser Mischpult, darunter ein VHS-Videorekorder, ein DVD-Player, ein CD-Player. Musik Ja, und bald heißt es ade, Raum 208. Die gesamte Musikfachschaft sieht in ein anderes Gebäude und wir werden diesen Raum dann verlassen müssen. Musik Musik Florian Also, tschüss, Raum 208, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501